Ihr das jetzt appreciatet, wie dumm diese Interaktion ist. Bitte gebt's euch. Wir setzen den Skelly King hier ein. Und jetzt, hier müsste das hier, endet jeder normale Push. Endet einfach an der Brücke. Jeder normale Push würde an der Brücke enden. Aber jetzt guckt euch das an. Der Skelly King schiebt und 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 schiebt. Oh, die Bombe ist dran. Der hat mit dem Riesenskelett an der Brücke geblockt. Der hat an der Brücke geblockt. Und die Bombe ist an den Tron gekommen. Das ist komplett bodenlos. Das ist aktuell wichtig. Bis zum nächsten Mal.